Das will ich sogar noch eins weiter treiben und sagen, der entscheidende Punkt ist wahrscheinlich das individuelle Arbeitsmanagement bei den einzelnen Menschen und eigentlich ist ja, ich meine irgendwo haben wir ja auch damit begonnen irgendwie zu sprechen vorhin, aber eigentlich ist ja das der entscheidende Punkt, wie arbeitest du mit den individuellen Menschen auf eigentlich und da wird ja der, der, dieser, eigentlich dieser tricky, aber gleichzeitig der allerspannendste Punkt, ist, egal welche Hierarchiebene, du kannst quasi mit allen Ebenen auf der gleichen Individualstufe zuerst beginnen, solche Prozesse einzuführen, weil ich meine, das ist ja das, was wir zum Beispiel eben beim Sport, beim Training ja ganz oft gemacht haben oder nicht ganz oft, sondern immer, nämlich auf individuelle Ebene zu reflektieren nach dem Training, nach der Einheit, weil man bereitet sich ja natürlich sowieso, also kann man jetzt natürlich sehr, sehr offen dann sehen, ob das alle Menschen schon so machen, dass sie sich auf jeden Arbeitstag so vorbereiten, aber zumindest kann man sagen, auf alle, egal wie groß oder klein die Projekte sind, wenn man von mir aus eine Deep Work Session einplant, dann bereitet man sich auf die zumindest vor, also man kommt nicht einfach hin und sagt, ja jetzt geht's los und dann arbeite ich an irgendwas, sondern es ist immer so ein bisschen Vorlaufzeit, was ja quasi schon mal auch das abdeckt, wo dann am Ende auch die Reflexionsphase super rauskommt, weil du weißt, wie du reingehst und dann am Ende, wenn du das abgeschlossen hast, unter Anführungsstrichen, kannst du drüber reflektieren, ob du das denn jetzt so abgeschlossen hast, wie du es geplant hattest oder wo halt die Punkte waren und das haben wir ja eben ganz oft gemacht und das ist ja wieder das Interessante, dass du das tatsächlich auf jeder Ebene anbringen kannst. Auf deinem speziellen Arbeitsbereich kannst du das immer anbringen, wie gestaltest du deinen Arbeitstag, deinen Arbeitsprozess, dein Mindset und so, das ist ja eigentlich super spannend.